Dieses zu erwerbende 4-Zimmer-Einfamilienhaus liegt in Möckmühl. Das im Jahr 1953 erbaute Objekt wird über eine Ofenheizung beheizt. Das Gebäude verfügt über einen Balkon und drei Parkplätze. Es hat eine Einbauküche und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 761 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 114 Quadratmetern auf. Das Objekt hat einen Kaufpreis von 345.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.